Und damit, yo Leute, was geht ab? Look am Start. Ähm, hab ich heute meinen geilen Live-Stream. Und das wird vielleicht auch ein langer... Also ich werd den Live-Stream auch am Live-Event machen. Live-Event, keine Ahnung, wo noch. Auf jeden Fall werd ich noch am Live-Event streamen. Ähm... Warte kurz Kommentare lesen und dann mal gucken. Hallo? Hast du das geschrieben? Ja. Ähm... Frei Zuschauer. Äh, zwei jetzt wieder. Tschüss. Ich gucke dir jetzt mal noch zu. Ja, noch zwei, 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 zwei. Wenn du mit mir spielst. Bruh, meine Schwester geht euch. Wollen wir auch so, dass 6-Pack ist nicht da. Ey, früher, als dieses Risky Rills noch anders war. Ähm... Ähm... Lamy? Was machst du denn hier so alleine? Ey, wir teilen uns das Lama, ja? Komm, wir teilen das Lama. Wir teilen uns das Lama! Ey! Du kleiner Spaß! Du kleiner Spaß! Jetzt darf ich meinen Lama nicht mehr essen! Du kleiner Spaß! Jetzt sterbe ich wegen dir vielleicht! Wegen dir sterbe ich vielleicht! Mama! Das ist noch ein Jump-Up! Und... noch irgendwelche ekligen Sachen! Tschüss! Da bin ich auch mal weg! Weil ich musste mal los! Auch wenn ich nur mehr Zeit... Was hab ich gesagt? Nun, als ob ich nicht... ...und... ...und... ...把它 machen... ...und... Meine Arme... Was ist das? Ist das hier jetzt? Ist das denn hier jetzt... Ernst? Hä?! okay, unlogisch... is da? Ich ben غ如此... ...m-m-m-m-m-m-m-m-m-m... er ist ja richtig so schluss und schwarz dass man an seinen eigenen bot sterben kann ich hab halt schon lange nicht mehr auf pc nicht mehr das ist halt das ding auf switch ist die steuerung komplett anders da editierst du einfach mit diesem komischen x und waffenorten damals auch mit diesen kreis drücken bei uns auf ps4 switch steuerung ist da 8 kommens taue 9 kommen taue switch alter ich wusste es mit ich hab ich so einfach ein vernehmen ich muss was war ich ein spiel ich hab ja gesehen ich kann noch nicht mehr sind da beendet es hat das ding und abonniert gerne mein zweitkanal da heiße ich auch Luca Henn würde mich sehr freuen wenn ihr diesen kanal auch supportet digger hätte ich so viele abonnenten wie bei tik tok muss los das gehen konnte es die stars anastiger steckt kurz neuer neue insel fest ich höre es euch diese tasten alter die regen mich manchmal so warte dann ist hier was geiles wieder versteckt das zeige ich dann auch kurz ganz schnell so meine schwester mich eingeladen ich gehe gleich rein dann kommt jetzt hier gleich das medica dann könnt ihr mit dem flugzeug der hinten fahren muss aber erstmal eingespielt werden 0 auf in der ist das Ah, ich wusste, was die PGF-D ist sogar. Ah. Ich habe auch so ekelhaftes Schwitzer mal gesehen, der einfach so gebaut hatte. Ich zeige euch, dass man... Alter, dann könnte ich noch nicht mal zu fünf Treppenbau mal da. So, wenn ich noch mal oben klinge, könnte ich. Und weder macht man so, Digga, entweder macht man so, dann macht man so, dann macht man so. Oder man lässt es lieber sein. Angie, ich fühle mich gerade mal einspielen möchte. Ich kann aber kurz auch öffentlich machen. Die Front von mir kann das einfach nicht. Und Frank von mir kann auch nicht das. Ich kann es selber noch nicht einspielen. Ich versuche die ganze Zeit schon das hier. Das und dann da. Ja, egal. Aber ich habe einen Trick für High Ground. Ein High Ground Trick ist das. Weil man es schafft. Und es ist ein High Ground Trick. Halt, dass du dann über dieses Ding hier springst und dann den Boden halt über dich brauchst. okay. Du wärst ja, ich schaffst. Ich bin ein High Ground. Dann habe ich einen High Ground. Ich bin ein High Ground. Aber ich werde ein High Ground, ein High Ground. er hat die aller kurzen schlusser von einem video der die werden sich kaputt die ich hatte und die gehen nicht in meine map erwarte und die schloppen kanal in die immer kurz nicht immer mehr ich habe mich nur kurz an einstehen wir spielen jetzt box weit heute kommen wir also zentrum ja da bist du du bist nie das gehen herr läuft aber der mieter draußen noch ein paar stufen was ich da rein vielleicht kannst du da reingehen klein okay Warum habe ich das zweimal gemacht? Ich habe einen guten Ping, deswegen. Du gehst in die Farbe, ich gehe immer eine andere Farbe, ja, hast du gehört? Dann spring. Du musst immer in eine andere Farbe gehen. Weil wir kämpfen dann gegen eine andere. Oh, der. Aua. Okay. Ein Versuch, das ist die Leidenschaft, die mit Einversuch, das Leidenschaft. Das ist die Leidenschaft. Brach. Das war's. Was für ein Lebensmittel? Oh nein, nein, nein. Okay. Ich lass es sein. Fortnite. Danke dafür. Ich war immer treu zu dir, Fortnite. Geht nachgeladen automatisch. Aua. Das tat weh. Aua. Das tat weh. Aua. Engel wieder in eine andere Farbe musste, oder? Aua. Angelina hat aufgegeben, stand da einfach. Ähm. Weil der... Das heißt ohne Snipe... Da. Da. Und da. Ich glaub... Angie... Also Angelina... Da. Und da. 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 Aua. Hm, ja das wird schon gut. So. So. Ähm. Ja? Aua. Was tut? Mal wieder. Sehr weh. In. Meinen. Augen. Obwohl der. Schnapp was mir nicht so krass. So. 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 So langsam werde ich eingespielt. Jetzt hole ich aber schlechte Waffen mal. So etwas schlechter Waffen. Oh mein Gott. Ähm. Mhm. Oh mein Gott. Ähm. Oh mein Gott. Ähm. ich glaube man hätte ja aua mhm da jetzt ruhig mal die goldene spaß es wird man nie unterschätzt unterschätzen es ist so krank oder kann krank sein okay okay Nichts, bitte... Äh... Ah ja... Oua... Uff... Da... Bruh. die die alle das so sogar gut gespielt von die festgekehrt ein bis auf so sie mal einstehenden das ist einstehenden bis zu gut einander mit sich für einstehenden Gigi? Da, Gigi. Oh mein Gott. Hallo? Ja, hallo. Sie spielen mit uns? Okay. Wo ist der? Und Headshot. Was? Konnte das kein Headshot sein? Alter! Der wäre sogar drauf gewesen. Oh mein Gott. 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 Ja. Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Ich nehme. Oho. 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 Oh Mama. Oh Mama. Oh Mama. Ich bin besser geworden. Ja. Ich bin besser geworden. Bist du besser geworden? Ich glaube ja. Das schwitzt so. Ich bin besser geworden. Das schwitzt deine... Ich habe mich immer noch, wie ich so baue. Ich sehe halt mein Bildschirm nicht mehr richtig ganz, also wenn ich schwitze. Ich lasse euch erst noch spielen, weil Mädchen gegen Mädchen Läger ist fair. Was? Teams oder Du? Können wir gleich gehen? Sie ist auch ein Mädchen, gell? Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe gleich gehen. Meine Schwester wird vielleicht gar nicht mitmachen, weil sie gerade bei mir unten war. Ja, die stimmt, auch gut. Okay. ach schade das leben wegkassiert auch schön meine schlösser kommt ich muss da noch auge oh mein gott oha seid ihr in einem team gewesen es gibt lau der habe voll auf mich drauf gespielt so viel ist auch hallo hallo was ist los okay so ein kleiner morgens ich weiß ich habe kommentare schon gelesen er hat man schlösser und dann haben wir im Kettbewerb dem gewassene sie klett er mein schlösser steht auf Exmo Als ob! Ich dachte, was ist denn? Ja, Lena, ich bin jetzt auf der Switch. Ich weiß noch nicht, ob meine Schwester ist. Was für mich ist der Fall? Ich bin jetzt auf der Fall. Jetzt kommen wir an den Fall. Ich bin jetzt auf der Fall. Ich habe mich auf der Fall. Wann ich nicht? erst mal seine wohl eingenommen also ich meine eine decke ihr könnt ja alle gegen alle drei gegen mich ja ich habe keinen bock aus dem sniper richtig ich bin auch im plan ihr seid irgendwo in puma land das kann ich nicht super passkontakt das kurs gruppe auf gewartet sie muss noch ihre mutter hat den babyhund gesehen ja ich habe es in der stadt gesehen ich habe den der ist der bau sich da gerade aber dann doch die sonne im hinterlager dass du weh was hat mich nicht getroffen seid ihr alle drei wiederbelebt ja schon ich bin genug das Papier hat nein ich dachte ohne unterschießen hat angelina unter geschossen jemand hat mich runter geschossen angelina drunter geschossen er genommen alter woher weißt du das hier ich darf gerade Diggaaa Ja, bruh Wieso verbar ist das? Ja, ich habe noch einen Barsch Ich bin mir nicht mehr Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Wer will den Panikreis an? Ja. Hat die mir keine Idee? Ich kann auch mal alles gegessen. Ja, so viel Spaß ist es so zu sein. Ich meine, die Strategie alles oder was? Du hast keiner gesagt. Wie wollen wir denn? Wo ist meine Schwester? Sag ich doch nicht. Hä, ist Angelina? Ah, die ist schon tot. Hä, what the heck? Hä? Ich verstehe gerade nicht. Hallo, Angelina? Okay. Tschüss. Oh, das tut weh. Aber so schnell brauchen wir nicht zu fahren. 30, 40, 43, 45. Ihr wisst halt alles, wie man streamen. So, lol. Ich gucke noch nicht mehr. Ja, nur dann die Schwester. Keine Sprache. Und dementsprechend wirst du ja auch mehr spritzen. Das soll ich vergessen, ja. Äh, es kann nicht wahr sein. Habe ich Snap'n verderben oder was? Buh. Digga. Es bleibt nicht einer von hinten, alter. Tschüss. Ich dachte... Tschüss. Ich dachte... Tschüss. ... 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 Ich habe gutes Aim'n bekommen. Ah, du bist schon tot? Nee, nee, du bist tot. Wenn mich ein gewisser Typ gefühlt hat, wo man eh nicht so ist. Ah ja, hätte ich Angst gespielt, wärst du gekleppt? Ich bin auch nicht eingespielt. Wollen wir eine andere Map spielen, glaub ich? Oder wir spielen Teamfläger. Elina, nein, nein. Nein, Elina. Nicht euer Ernst. Warte. 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 Warte, ja. Oh mein Gott. Mal, wer hier ist. Eine mega geile. Alter. Dieser Lut. Oh, scheiße. Warte, ich kann nicht. Ja. Nein. Gib mir die. Ich soll. Was? War das? Ich. Warst du das? Ja, nein, nein, nein. Angelina. Aber, digga. What the hell? Alter. 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 Mein Team, digga. Ey, Angie, darf ich die goldene Pumpen? Und die Sniperen? Alles gut. Danke. Darf ich die goldene, darf ich die Sniperen auch? Ey, Ehre. Ehre. Oh, Digga, wir können uns nicht verletzen. Ja, okay, ich bin bei... Hang up. I'm on the green side. Genau. Halt ab, du mich schon gesehen hast. Hast du das haben? Nee, ich hab... Digga. Natürlich immer, Digga. Nee, ich hab was an meinem Fernsehen geklebt. So dass ich fast jeden Schuss treffe. Digga. Ich hab endlich gesnipet. Oh, wir sehen uns schon mal rein. Ja, das ist... Das ist echt eine Unvererwartung. Herr, Digga, ich hab was an meinem Fernsehen geklebt. Ja, kurz dass jemand gesnipet. Ich hab endlich gesnipet. Ich hab endlich gesnipet. Wo ist das kleine Baby-Ploxwerk? ich habe die die ach du meine müde ihr beide gegen uns beide ich bin auf jeden fall der schrottigste wir sind alle in einem team auf jeden fall guck mal guck mal ich habe was neues gelernt aber habe ich eben erst gefunden also ich habe das vorher noch nie gemacht aber einmal angelina kommt Hey jetzt! Ein rot! Ja. Okay, komm! Hm, bruh. Brrrr! Ich hab' gelbe. Ey, warte, ich hab' mir doch nicht. Ich hol' dies mal hier die mit. Was ist denn, was ich da nen Eimer? Ey, lass noch die Sniper. Ich hab' schon, ich hab' schon, ich hab' schon. Diesen, ähm, Dingens. Hier. Die ist gerade da. Oh Gott. Mhm. Und Attacke. Okay, war nicht drauf. Jetzt wieder Rückzug. kann ich an der Zeit Antillen erwarten ich hole das noch ich will das noch vielleicht Hey, da vor Lala lieben, da sind wir mit dir. Mal, dass du nicht so gut bist. Komm los. Sicher? Engie ist, glaube ich, noch am Leben. Nein. Okay, dann kann ich nicht sehen. Okay, dann kann ich nicht sehen. Ich bin blau gegangen. Angelina ist jetzt auch blau gegangen. Oh, Bamboo. Angelina, komm mal her, komm mal her. Oh mein Gott, danke. Komm mal her, Angelina. Du stellst dich jetzt hier drauf und ich mache Rocket Drive. Komm, komm, komm. Warte. Spring. Ich bin so dummer. Das ist Rocket Drive. Angelina, danke, dass du den Rocket Drive überstanden hast. Du hast guten Rocket Drive gemacht, Digga. Bin ich stolz auf dich, Junge. Bin ich stolz auf dich. Und ich bin auf mich, weil ich Rocket Drive machen kann. Helena, komm, wir gehen jetzt mal blau. Angelina. Das war witzig. Ich hole das ja auch mit. Weil, falls wir ja vielleicht ein paar Leben verlieren, Digga. Ich hab einen. Ich hab einen. Schieß mal auf. Ich hab einen. Schieß auf, Angelina. Okay. Ja, mach mal. Ja, das ist schon. Oh, es sind jetzt noch ein paar, bis mal. Ja. Ich frage mich, wo ist der neue Roller? Hier da hinten sind die. Wo ist der? Wo ist der? Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, in der Leute. Ja, das war aus uns nicht. Ich hab ein Jump-Head. Boah, Angie, du bist krank. Ey, komm bitte Team. Alle gegen alle. Okay. Das ist kacke. Ja, Sophie, alle gegen alle. Nicht zwei gegen alle. Angelina. Bella. Ja, ich hab gesagt, alle gegen alle. Wieso gehst du da in deinem Team? Bist du in ihrem Team? Ja. Ja, sie ist auch in deinem Team. Angelina ist also in deinem Team. Ganz neu. 200 Punkte. Ja. 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 Echi, wir können Rockit Drive machen. Nein. Echi, komm, komm. Ich habe jetzt dieses Ding noch verpasst. Echi, komm, komm. Ich habe jetzt dieses Ding noch verpasst. Komm, komm, komm. Warte, warte. Spring. springt das was wieder komplett spring ich lasse sie sogar gegen euch kämpfen ich hab sie geklappt Das ist die erste Frage. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe auch den Bopo in der Nähe. Hey! Ich habe ihn zu Hause. Ich habe ihn zu Hause. Ich habe ihn zu Hause. So, Bordwürstchen, Kartoffeln, Sornesauce und Gemüse. Warte, auf meinem Handy hat es gerade einen Brüder, what the fuck. Ich nehme erst die und dann nimmst du einfach die. Also ein wenig. Das tut jetzt weh, meinen Augen. Und, ähm, ich finde, Epicance sollte das Level-System von hier nochmal reinmachen. Von Season 7, Season 5 und auch noch mit Sternen, also mit Sternen-Level, finde ich, sollte hier nochmal reinmachen. Für die, die jetzt hier, die sie spielen, ähm, verstehen das vielleicht nicht, aber, ja, egal. So war es halt ein bisschen einfacher mit dem Sternen-Level. Der jetzt wird immer nicht. Auf jeden Fall werde ich das Live-Event streamen. Ähm, die nächste Season erste Runde mit euch streamen. Und, ja. Die Fliesen und das Live-Event werde ich zu früh nehmen. Ja, die Fliesen und die Fliesen. Ich kann ja oder so. Ja, die Fliesen und die Fliesen. Wie kommt sie runter? Ja, dann musst du halt. Die Mausen, Ellen, Appen. Nee, nee. Das machen wir mal mit denen. Was ist mit dir los? Wer fängt mal die Frau hier denn vor? Immer erzählen wir mit dem, was ist Sonntag? Ja, Alter. Ach, der Vogel ist ja auch da. Ich hab gesagt, ich geh morgen mal Kartoffeln kaufen. Er hat was mitgebracht. Na? Na? 25, glaube ich. Merkt recht, wenn dein Opa ist. Äh. Besser ist es. Besser ist es. Ach so, muss ich zwei abgeben. Oh. Denk daran, du hast unten keinen entfangen, ne? Ja. 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 Das war super, was? Das war super, was? Komm nicht an. Was? 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 Was ist passiert, wenn ich auf ein ganzes Auto eine Granate schmeiße und dann da drauf stehe? Passiert da was mit mir auch? Bitte nicht, bitte nicht! Noll! Ist auf jeden Fall da! Ich weiß nicht warum! Schade! Ich will auf jeden Fall von allen 500 haben! Ich weiß nicht! 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 Was war mit dir los? Was war bei dir los? Sag mir was, bei dir los? Ah ja! Ich geh mal Richtung Timer! Ähm, Angelina, ich hab was für dich! Warte! 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 P Hadi! Da! Warte! sieht das doch besser aus so sieht die waffe doch besser aus oder leute so sieht die waffe besser aus das kann ich nicht sagen hier alles kurz Mama, Mama, komm mal, rüh mal. Ich habe so gute Blut, ja? Ja, da war in dem Klassenbeob. Da sind die Kugel und die Kugel und die Kugel. Die Kugel, die kugelten Kugel und die Kugel sind. In der Flugzeug ist ein Irre. Ja, der leckt bei mir. Bei mir leckt der voll. Schade, der hätte vielleicht noch einen Herd gebraucht oder so. Okay. Statt schon wieder Angels auf, Digga. Das wäre jetzt komplett broke gewesen, Alter. Nicht nach einem Sturm. Digga, der zieht mir leid, junger, der jetzt am Sturm erpasst war das. Okay. Warte, mich ankäufen. Käufe an, Käufe an, der ist richtig low. Mein Aim, mein Aim, mein Aim. Mein Aim ist nicht vorne. Oh mein Gott, Angie, Angie, nein, 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 Angie. Jetzt. Der hat uns sowieso umgebracht. Zu 200 Prozent. Weil, der wollte seinen Teammate nur im Retten kommen. Das ist das heiligste, was der wollte, Alter. Angie, hol das. Angie, hol das. Angie, hol das. Das heiligste, was der wollte, ist ein Team. Oh mein Gott, da hab ich die Sniper. Da hab ich die Sniper, Angie. Du kriegst meine, du kriegst meine. Wie lange? Ich fühl mich grad wie ein Babo. Mh, Bababa. 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 schon an der spiel hat merkt man es einfach ja was soll ich machen die gar um mein gott der pool die gar was der heck lecker die lecker die lecker die lecker die aber der eine der mit uns team wollte wollte eigentlich gar nicht mit uns teamliger wollte uns klären der hat uns beiden headshot gegeben die hatten krankenhut woher ja was machst du da und das ist wenn ich mal wieder aus hoch das ist mein Baby ja bist du mein Baby nicht beißen bist du mein Baby ja bist du mein Baby nicht beißen ich will jetzt irgendwo landen wo ich möchte ich habe jetzt wo ich möchte das weiß ich spazieren spazieren ist jetzt mit meinem spazieren dann ja 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 oh mein Gott jungen ich muss das mal wieder ein headset anziehen ja guck mir zu man soll ich den zeigen wie ihn damit geht oder was so Okay. Auf Flexbasis habe ich das kurz gemacht, weil ich würde immer nervös sein, mir welche zu gucken und dann werde ich automatisch schlechter. Das ist eine gute Waffe. Und den Medikin kann ich auch mitholen. Das ist eine gute Waffe. 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 Okay, ich brauche mal Zeit, weil der hier wird mich vielleicht killt. Was meinst du damit? Wahrscheinlich Kane. Was? Ja, ich brauche mich. Das ist ein Sieger. Der ist eine Bremse. Ich brauche mich nicht. Das ist eine Bremse zu schaffen. Die Sturm ist nicht toll. Die haben wir das selbe und ich habe das Sturm gekriegt. Ja, ne. Die Sturm ist hier, aber was macht man hier? Ich bin hier, machen wir das. Die Sturm ist nicht toll. Die Sturm ist nicht toll. Die Sturm ist nicht toll. Tschüss, Digga. Ich bin hier, ich bin hier. Du hast auch keine gekriegt. Wirklich schreit. Ja, selbst dann. Ja, selbst dann. Ne. Ja, was machst du auch schon hier? Ja. Ja. Ich bin hier, ich bin hier. Ja. Ja. Okay, irgendwas hab ich dann schon mal auch nicht. Warte, aber? Ich tu? Ja, ich bin mal her. Also wenn er 100% sichert ist, ist er gegen die Natur schon nicht frei. 100% sichert ist ja. Ja, aber wenn du auf dem Motivfall fährst, dann ist doch keine Reihe. Ja. Ja. Jeder möchte nicht verlaufen werden. Ja. Ja, das tut kritisch, Junge. Obwohl... Das liegt gar nicht mehr. Na, schade, Angel. Ich bin da gar nicht. Ich hätte dich sogar wieder auf dem Ehrenwahl. Weil es mit Ehrenmensch sind. Alter. In der Internet sieht man immer so was. Oh ja. Sehr wichtig. Obwohl es hier ist gerade das Wichtigste von allen. Ja. Also gewinnen wir die Runde jetzt nicht. Aber. Weil ich bin jetzt von allen. Schlechteste Spieler. Also schätze ich mal. Ja. 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 Ah, der hat Nostestoff. Hä, Leute? Ich drück noch nicht mit was, gell? Bei irgend... Okay. Das backt hier rum. Da backt es auf jeden Fall jetzt rum. Mh, lecker, Digga. Zweier Hits. Mehr Schaden. Äh, nicht mehr Schaden, sondern mehr Leben. Mehr Schaden, Digga. Und die eben, die habe ich easy gekehrt. Ja, der muss ja jetzt erst mal eine Genehmigung haben. Der muss ja erst mal die Genehmigung haben. Vor drei Jahren hätte er eine Therapie gemacht. Ach so, hätte er. Hat er aber nicht. Ja, äh. Weißt du was? Ja, das sind natürlich nicht so schön, ne? Das muss man ja immer mit anbieten. Jetzt werde ich hier... die heutzutage-Käfer-Positive machen. Und dann lach mal als erblich. Und dann lach mal als erblich. Ja. Ja, ja, das ist das eine Frage. Das ist das die oh-fein-schule, Dix-Fall. Ja, ja, ja. Ja, das ist das. Ja, das ist das Ding ist halt. Ich sehe keinen Gehen. Und wenn man in das Boot gehen sollte, Matrix-Digga kriegt, dann sofort ein Headshot. Platt gehirn. ok man sollte auch und dieses Ding mal beobachten die ganze Zeit weil wenn da einer reingeht du hast es wieder komplett Auer aber es wurde ja nicht gemacht so man kann immer noch mal lösen das war ich bin jetzt komplett eine Polarin befreien müssen das hat auch nicht gut zu geben im Allgemeinen so also ich denke mal kann ich schon werde meine Kinder nicht irgendwo vorangehen das ist ja auch das ist ja auch endlich mal das ist ja auch endlich mal es lebt sich es lebt sich viel viel leichter ohne etwas mit bisschen Lügel nach zu essen so sieht es auch aus ich habe Kaffee mit dem Kopf im Moment kann ich auch Kaffee vielleicht da hinten können die auf jeden Fall nicht mehr rein wir können jetzt Töne noch rein wenn der da so rein geht ich glaube ich glaube das könnte hier ich gucke jetzt hier alles an wo verdammt sind die Gegner und hat keine Schüssel mehr und hat gar nichts mehr diese ekelhaft die Stille ist das außerdem die Mutfrau war der bei denen jetzt höre ich gerade Ich hab noch eine Idee Brrr Brrr Das sind halt die letzten Gegner, das ist halt das Ding. Die letzten Gegner? Und die letzten Tryharder? Wer hat denn die ganzen Jahre da gesorgt? Wer hat denn jetzt das Dressen hierhin wieder besorgt? Ich habe das Dressen hierhin besorgt. Wer hat denn jetzt noch wirklich mal runtergelegt? Ich glaube, die gehen noch rein. Normalerweise ist das schon irgendwie logisch, dass Kinder auch was zu essen braucht. Es war nicht so schlimm. Ich würde mich auch mal denken, Alter, ich habe halt den Zieg, Mensch. Weil ich halt den Zieg knüpfe. Äh, was? Warum hast du dich nicht geholt? Weil ich dich nicht geholt habe. Hä? Warum? Warum du mich nicht geholt hast? Als Karte? Ja. Weil ich vielleicht von vier Leuten angegriffen wurde? Okay. Ne. Nicht wirklich. Doch, natürlich. Ich habe den Ziegeln. Und die sind die größten Sweater der Welt. Also das sind die größten Tryharder. Das sind die größten Tryharder. Und die können die kann ich nichts machen. Den kann ich nichts machen. Ich bin richtig. Ich bin stark. Aber du musst mir den Kindern zu tun. Den kann ich nichts machen? Warum? Das sage ich dir jetzt schon. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Den kann ich dir jetzt schon sagen. Den kann ich dir genau jetzt schon sagen. Gegen die kann ich nichts machen. Baja, können die ganz normal sein? Die ist was anderes. Ach, dann ist was anderes? Ja. Ja. Ja, ich bin gar nicht der Befahre von dem Ding an, weißt du? Aber, aber in der Sprecher, fällst du dich ja noch mit dem Monat? Ohne gleich, dass wir der Kragen da schneiden. Oh, shit, der... Ja. Wir haben den Beinen runterstechen. Ja, weißt du, warum? Warum? Ob das eine, wo immer, immer noch? Das hast du gut gemacht, dass du so eine Person hast. Oh nein, die machen die alle machen. Ich würde mich hassen. Ich habe es doch hassen, die gerade. Aber ich mache es. Wer sagt das? Das ist wirklich gut. Aber, Alter. Ich habe es keine Chance gegeben. Das war so mit dem... Das war so mit dem... Das war... Das war...